ARD Text im Auftrag von Funk Wow, was ist hier drinnen, Leute? Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog Und ich hab hier irgendein Paket Mal sehen, was da drin ist Ich würde sagen, das öffnen wir auch direkt Und wenn ihr neu seid, Leute, lasst auf jeden Fall ein Abo da Hier kommt täglich Daily Vlogs Und hast du einen Plan, was hier drin sein kann, AJ? Nö Wow, ich hab schon so ne kleine Vermutung hier Das ist ein Skateboard Skateboard ist irgendwie doch nicht Kickflip ging leider nicht Deshalb müssen wir erstmal gucken, was in diesem Paket hier drin ist Aber, naja, ein Skateboard kann es vielleicht doch noch sein, oder? Nö Safe Nö Huh? Bruh Oh mein Gott Oh mein Gott Wow Ist es das, was ich denke, was es ist? Nö Ein Geschenk? Ja, das ist ein ganz schön schweres Geschenk Ich glaube, wir wissen, was da drin ist Wow Es ist ein Hoverboard Mein allererstes eigenes Hoverboard, Leute Ich hab mir schon immer mal so ein Ding gewünscht, weil jeder YouTuber so ein Ding hat Eigentlich finde ich es auch ganz nice, muss ich sagen, ich bin bei Max damit gefahren und es hat eigentlich Bock gemacht Und jetzt habe ich ein eigenes in meiner Safe-Wohnung Das hier ist nämlich alles so die Safe-Wohnung, was ihr hier so seht Okay Und so ein Ding hat er auf jeden gefehlt Damn Sieht eigentlich ganz funny aus, ne? Safe Gut Ich glaube, da habe ich irgendwas falsches weggeworfen Komm mal mit hier Die Dinger brauchen wir, glaube ich auch, oder Ayat? Ja, sieht so aus So, ich hoffe, das Ding ist so ein bisschen geladen Äh, ich würde sagen Uah Reading from Bluetooth connecting Oh mein Gott Digga, kann man damit Musik hören? Oh, das ist kein Faden, Digga Nein, doch Oh Digga, das leuchtet einfach blau Guck mal hier, das Ding leuchtet einfach blau, sieht man das in der Cam? Ja, das sieht richtig geil aus Nice Ja, vielen Dank auf jeden Fall an die Firma hier, die mir das Hoverboard hier unten schön zugesendet hat Danke auf jeden Fall dafür, ähm, ihr findet den Link vom Hoverboard auf jeden Fall mal in der Videobeschreibung Und ich cruise damit rum Mega entspannt, würde ich sagen Willst du mal fahren, Ayat? Ich kann das auch am geilsten Dann bist du noch nie damit gefahren Ich bin noch nie auf so einem Ding gestanden Oh mein Gott, es ist Zeit Ayat wird jetzt das erste Mal hier mit diesem Hoverboard fahren Ich bin richtig gespannt Let's go So, Ayat, jetzt bist du dran Oh nein, 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 pass auf, pass auf Oh, 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 oh Jo, geh Er geht direkt all in Nein, warte, Ayat, 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 Ayat Geh mal nach hinten, geh mal nach hinten Okay Du stellst einen Fuß drauf Und den anderen direkt nach Direkt nach, direkt nach Und jetzt ein ganz kleines bisschen nach vorne lehnen Ganz kleines bisschen Ganz kleines bisschen Nicht so doll Nicht so doll Er zittert richtig Aber wie fühlt es sich an Ist schon ganz geil eigentlich, oder? Genau, genau Ja, easy Ich würde sagen, wir wechseln mal wieder Wow, jetzt bin ich wieder auf dem Hoverboard Nice Ja, ich kanns natürlich ein bisschen easy, ja, aber ich bin halt auch schon mal gefahren am Anfang Und ich mach's das genau aus wie bei dir Genau so, ja, Digga Ich auch immer so Hhhhhhhh Aber jetzt geht das irgendwie gar nicht mehr Ich weiß gar nicht mehr Jetzt kann man nicht mehr so krass wie man kann Ich bin ja auch Skateboard gefahren, ne? Ja, ist so Wisst ihr, was man auch geil machen kann? Nö Erstmal ne Carp gesonnen aus der Mini-Bar nehmen Kein Quadrat placement für Carp gewonnen an der Stelle Ja, dann kann man das einfach zu trinken Nein, doch Während man fährt Wow Wow Hahaha Lecker Oh, man kann auch so nicht so drehen Wow Das war auf jeden Fall schon mal nice, Leute Wenn ihr auch so ein Ding zuhause habt, schreibt es mal in die Kommentare Habt ihr so ein eigenes Hoverboard? Ich habe ihr immer eines gewünscht, aber irgendwie habe ich nie alles bekommen Aber jetzt, da ich YouTuber bin, kriege ich die halt auch mal Jo, ich finde es übel krass, dass das leuchtet Und warte mal Eben hat das irgendwas mit Bluetooth gesagt, deswegen lass mal verbinden So, hier verbinden wir uns mal mit Hoverboard Mal gucken, ob es geht Aber ich denke schon Wow Okay, wir sind jetzt verbunden Ich probiere mal Musik abzuspielen, oder? Ja Wow Man kann einfach Musik auf einem Hoverboard Was? Man kann einfach mit dem Hoverboard Musik hören Merkst du das aus dem Hoverboard, wo man Musik hören kann? Und ich dachte mir so, wow, das geht? Weil, als ob die so krass sind Naja, das ist komplett blau hier das Hoverboard Und man kann einfach Musik hören What? Aus dem Ciao, viel Spaß Hä? Ich dachte gerade, ich habe den Schlüssel vergessen Jetzt gehst du erst auf die Straßen Jo, wir sind draußen und AJ probiert sich Let's go Los Ehhh Safe Ciao Los Los Los